so und willkommen zurückzukehren hier und das magische Garen wir waren es mal stehen geblieben und jetzt wird es gibt jetzt geht es in die Brunnen Gärten und ich mal vorschlagen die Einspieler natürlich weil ich bin hier ganz alleine Ladevorgang bitte warten bitte warten los also wir wissen das da können wir abmachen und dann ist da eine Pferde wow ein Gegner oh mein Gott okay da ist los komm her danke bam oh was machst du denn ich will keine Haube du gehst weg dann kann ich da auch geil wie geil ist denn das naja okay wow da ist ein gegner ups okay dann kann ich da hoch oh das ist genial oh wie es ist süß ich will lieber auf was ist das kann ich so höher springen das ist einfach irgendwas wie geil ist das denn wie geil ist das denn ich habe einfach mal die Welt zu mir gezogen die ganze Welt ich habe die ganze Welt einfach mal zu mir gezogen die ganze Welt okay was bist du bist du einfach oh das ist ja göttlich das ist so göttlich oh Gott das ist so süß und so göttlich es ist so toll und ich will nie wieder aufhören das zu spielen okay da werden wir auch schon noch oben kommen wir da irgendwie hoch weiß ich gerade nicht mal schauen kann ich euch kaputt machen da los aha aha so komme ich da hoch perfekt und was seid ihr ihr seid ganz viele ihr wisst was meine hoffentlich perl genau jetzt ein perl hopp danke so perle perle die geschichte oben nicht mehr aber ist mir egal ist ja kein 100% worden weil ich will das einfach nur sparspielen weil das ist so geil einfach nur du bist dran ich finde es einfach mal so geil die kirby einfach mal die ganze welt zu sich zieht was bist du für ein block i don't get it ich habe es vergessen was du für ein block bist kann ich damit irgendwas machen ah das ist ein reißverschluss ah ja hahaha und 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 jetzt kann ich da durch beziehungsweise ich kann da runter yeah und da ist ein schatz ein brunnen ein brunnen wie ich mir den brunnen fast erwartet habe was bist du ah eine warp zone nice sehr nice juli bämm und 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 soepa ah ok ich bin hier ich kann hier auf den leuten stehen eine Tisk für Musik. Ähm, ja. Bam. In your face. Ich mach die Tür auf. Ich finde es ja so putzig, wie ich da so raus schaue. Es wäre ich total fett einfach mal. Ähm, okay. Dann muss ich da hoch. Und wieder raus. Genau. Und da oben ist was. Sehr schön. Ah, ich muss einsam. Oder? Muss ich es nicht einsammeln? Hm. Weiß ich jetzt nicht. Komme ich da rüber? Nein, komme ich nicht. Schade. Komm ich da wieder drauf? Ich will wieder runter. Hm. Ach so, nee. Da muss ich runterspringen. Verstehe. Und die Gegner töten mich nicht. Wie geil ist das denn? So, Paula. Das heißt, ich kann einfach auf die Gegner rauflaufen, ohne dass ich Schaden bekomme. Anders wie in anderen Kürbisspiegeln. Aber Kürbisspiegeln ist ja eh allesamt göttlich. Bam. Bam. Und... Ich weiß nicht. Ich nehm dich mal mit. Wer weiß, was ich mit dir alles anstrengen kann. Wah, aha. Kann ich da auch runter? Komm ich da irgendwie runter? Nee. Ich will zum Fischi. Bats. Nix gibt's. Von wegen hier. Ouch. Das war voll hart. Ich meine, wir waren erst nicht. Ich denke mal, das war ein Paar. Ich hab jetzt ein glückliches Paar getötet. Kirby, du bist so... Was? Geil. Nicht ernsthaft, oder? Oh Gott. Wie... Geile Scheiße. Ich bin ein Panzer. Ich... Ich... Wie geil ist das denn? Und... Obwohl, ich kann schweben. Bam. Ihr könnt mich alle mal... Ich bin ein Panzer. Und ihr könnt mir nichts tun. Hahaha. Bam. 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 Ich finde das so geil, wie man einfach mal eiskalten Panzer wird. Erwisch ich dich noch? Ja. Wie man eiskalt so eine Panzer wird. Bam. 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 Los, fall runter. Nein, er hat mich getroffen. Du Schwein, du hast mich schon wieder getroffen. Boah, hier ist eine Erkennung getötet und hier wäre ich dann wieder normal. Genau. Aber ich finde das trotzdem einfach mal so göttlich. jetzt sage ich einfach mal oder auch nicht. Schade. Das ist ja, ich liebe es. Okay, Päran, ganz viele. Yay. Serie 173, Schätze. Oh, haben wir einen nicht bekommen. Schade. Und ich habe den Flicken Schmetterling erhalten. Yay. Flicken platzieren. Drücke 1, um einen Flicken zu platzieren. Bam. Oh, wie süß. Oh, und wie er sich freut. Yay. Und wir sind jetzt in Knopfknospental. Tja, das haben wir clever eingefädelt. Aha, warte. Weiter geht's. Ins Knopfknospental. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung und wir fahren Auto. Yay. Oh Gott, ich finde es so toll. Hey, Moment mal. Die Blumen da. Hä? Ach so, ich kann... Ah. Kann es sein, dass die Blumen da... Aha. Knopfknospental. Ich verstehe. Ich verstehe. Das war vielleicht sehr fast dumm. Aber ich kann ja auch einfach so da hoch. Genau. Dann... Ähm... Was ist das? Hm. What the... Ah, so funktioniert es also. Ich verstehe. Okay. Kann ich jetzt irgendwas mit ihr machen? Sieht nicht so aus. Naja. Ähm... Was auch immer. Das ist... Das macht nichts. Sieht zumindest nicht so aus. Ach so. Hier kommen dann... Ah. Hier kommen dann solche, 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 solche... Ähm... Juwelen oder... Was auch immer waren raus. Verstehe. Okay. Hm. Und... Ähm... Hier... Was ist hier? Wow. Was ist hier alles so schönes? Hier sind schöne, weiße Juwelen. Yay! Weißer Juwelen. Uhu. What the... Ach so, das ist dasselbe. Und wenn ich da runterfall... Ach so, ich kann ja gar nicht runterfallen. Das ist ja praktisch. Und dann kann ich doch eigentlich auch so machen, oder? Ja. Das ist ja mal geil. Also kann ich das auch mit dem Auto so schneller machen. Nein. Nein. Okay, ähm... Mit dem Auto ist das vielleicht auch nicht so praktisch. So. Da ist noch eine. Ein Juwel. Und es tut mir leid, wenn eben wieder ein Staubsauger im Hintergrund hört. Aber da kann ich gerade schlecht was machen. Na los. Na los. Komm schon. Alles klar. Hier haben wir wieder alle Juwelen. Wow. Nicht runterfallen, Kirby. Und hier haben wir einen Schatz. Einen Schatz. Einen Schatz. Eine Blumenuhr. Und... Ganz viel... Juwelen. Gut. Was bist du? Du bist ein Vieh. Was bist du? Ah, okay. Du bist ein Vieh. Geil. Was ist das denn für ein geiler Scheiß? Oh, und da habe ich rechts was vergessen, aber das ist mir egal. Ist ja kein 100% geworden. Okay, ich lasse mich mal hoch. Ah, ich komme manchmal so hoch, oder wie? Okay. Ein Froschschirmständer. Und nein, verdammt. Verdammter Mist. Okay. Wart. Ach, und so kann ich schneller schwimmen. Verstehe. So. Was haben wir hier alles? Ach, das ist ein Gegner noch mehr im Soundschirm. Wart. Wart. Okay. Was bist du? Du bist... Ey. So, danke. Ähm. Ähm, ähm. Kann ich hier noch was machen? Nee. Ach, verdammt. Da habe ich wieder ein paar Sachen vergessen. Aber das ist ja nicht so tragisch. Yay. Wir fliegen. Und wir sammeln ganz viel Zeug ein. Yay. Ganz viel Zeug. Was ist denn eigentlich das sind wir für Teile, die da so reinkommen? Ich verstehe es nicht ganz. Naja, muss ich auch nicht, wahrscheinlich. Dich habe ich. Wahaha. Okay, und was bist du? Wieder eine Wop-Zone. Oh, geil. UFO. Ja, ich bin ein UFO. Ich bin ein UFO. Ich bin ein UFO. Ich saug alles ein. Ladilu, ladala. Ich bin ein UFO. Look at me. Ich finde das ja so geil. Ich bin einfach mal ein UFO. Und ich kann euch einzaugen. Ah. Boom. Ich verstehe. Nice. Oh, da ist noch mehr rum. Wenn es da runter geht. Was ist denn da unten? Das will ich jetzt wissen. Schauen wir mal nach. Ey. Ey, komm her. Aha. Und bam. Und weiter geht's. Hier haben wir dann ganz viele Juwelen. Und was seid ihr? Oh Gott. Ihr seid Gegner. Oh. Ihr seid ganz viele Juwelen hier. Oh. Und ihr wart Gegner. Jetzt ist, als wenn ich getroffen werde, gehen meine Juwelen weg. Und ich muss sie wieder einsammeln. Verstehe. Wie bei Sonic. Ich frage mich nur, ob dann einige ganz weggehen oder nur, ähm, oder so, dass ich die halt immer wieder kriegen kann. Alle. Ach, und jetzt ist ja mal eine Serie auch weg. Schade. Das finde ich jetzt echt schade. Weil ich hatte irgendwas mit einer 200. Serie oder so fast. Und jetzt nicht mehr. Leider, leider. So. Eine noch. Komm schon. Hab ich dich. Und Batsch. Sehr schön. Jetzt können wir da durch. Ah, okay. Oh, da haben wir aber wenig gesammelt. Jetzt. Na, das war schlecht. Und wie das schlecht war. Na, ja. Who cares und so. Was haben wir hier alles? Knopfknospental. Yay. Serie 279. Schätze. Zwei neue. voll mit Flicken gefunden. Bäcker. Und ich würde auch sagen, dann machen wir für heute Schluss. Weil die Zeit ist eh schon längst rum. Wenn ich das richtig beurteile. Oh, was ist denn das? Oh, je. Jetzt sitzt ich aber ganz schön in der Patsche. Aber richtig in der Patsche. Prenz Plüsch. Herr Kirby. Was für ein Glück, dass ich Sie treffe. Ich befinde mich in einer schlimmen Notlage. Könnte ich Sie wohl um Ihre Hilfe bitten. Yay. Vielen, vielen Dank, Herr Kirby. Sie sind wirklich zu lebenswürdig. Okay. Worum geht's denn? Es geht um folgendes. Ich möchte niemanden, der in dieses Haus einziehen möchte. Ich setze es mag, dass Sie wissen schon. Ich denke, man müsste hier alles ein bisschen herausputzen, um neue Mieter anzulocken. Freut mich sehr, dass Sie mir dabei helfen. Dann ziehen Sie sich gleich wieder dieses Foto an. Können Sie den Raum vielleicht so wie auch die Foto-Abgebilder einrichten? Na, natürlich kann ich das. Wunderbar. Puh. Das war leichter, als Sie sind wirklich auch sehr ordentlich hilfreich. Blablabla. Speichervorgaben. Dann würde ich sagen, mach ich das noch schnell. Ich würde sagen, ich mach das noch schnell. Komm schon. Ich mach das. Ah, so, hier umdekorieren. Okay. Okay. Platzieren. Einmal war das. Ist das ein Vor... Nee, hab ich noch. Hab ich beides noch nicht. Okay, hab ich beides schon nicht. Also, kann ich mir egal sein. So, Speichervorgang. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.